Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 10. Juli. Heute dabei TimeHop, Snapchat, Tencent Music Entertainment, Surface Go und Sparkasse. Beginnen tun wir mit den schlechten Nachrichten des vergangenen Tages, denn es kam raus, dass TimeHop Nutzerdaten verloren hat. Und zwar stolze 21 Millionen. Was ist TimeHop? Das ist eine App, die recht beliebt ist, zumindest in meinen digitalen Kreisen, die sich mit ganz vielen Social-Media-Plattformen verknüpfen kann und einem dann Bilder und Posts von vor x Jahren genau an diesem Tag anzeigt. Also so eine kleine Zeitmaschine, die mir auf jeden Fall auch lange Zeit viel Spaß gemacht hat. Und wie gesagt, dort wurden 21 Millionen Nutzerdaten gehackt, sage ich mal einfach mal so. Der Fachbegriff mag vielleicht anders sein. Sie sind also auf jeden Fall geklaut worden. Und darin waren Namen, E-Mail-Adressen und eventuell auch Telefonnummern enthalten. Angeblich keine privaten Nachrichten, keine Finanzdaten und keine Social-Media- und Fotoinhalte. Denn die wurden getrennt von TimeHop gespeichert bzw. auch gar nicht gespeichert. Sie gucken sich das jetzt im Detail an mit Experten und wir halten da ein Auge drauf und informieren euch, wenn es da Neues gibt. Jedenfalls sind erstmal die ganzen Authentifizierungen auch gelöscht worden. Sprich, wenn ihr TimeHop nutzt, dann müsst ihr euch in der App für die entsprechenden sozialen Netzwerke nochmal neu authentifizieren. Nächstes Thema, Snapchat. Da hat jetzt jemand etwas entdeckt im Code der Android-App. Und zwar eine Produktsuche. Also mit der Kamera einen Barcode scannen. Das ist jetzt nicht so der Buller. Aber auch einfach nur die Kamera auf offene Objekt halten. Und dann erkennt die Snapchat-Kamera, was für ein Objekt das ist. Und dann zeigt sie einem angeblich alle Listings dazu auf Amazon. Sprich, man sieht etwas, hat Interesse, möchte es kaufen, hält die Snapchat-Kamera drauf und zack, kann man es nun bei Amazon bestellen. Ist aus vielen Aspekten interessant. A. Positioniert sich Snapchat da ja so eher in Richtung Google und Konsorten und nicht gegen Facebook und Instagram, was ja eigentlich der große Konkurrent ist. und B. Ist das natürlich auch wieder eine ganz neue Einnahmequelle. Sprich, man kann da natürlich Affiliate-Links und entsprechende Provisionen auch rausholen. Und daher bleibt es sehr spannend. Und ich kann es eigentlich nicht abwarten, das auch mal auszuprobieren. Schon alleine, um zu sehen, wie gut das wirklich funktioniert und ob die Objekte auch korrekt erkannt werden. So, gestern haben wir noch über den Streaming-Rekord von Drake gesprochen. Und auch über den IPO von Sonos. Und jetzt, wenn wir bei Zusammentun, sind wir beim nächsten Thema. Und zwar möchte Tencent Music Entertainment einen IPO in den USA machen. Ja, Tencent Music Entertainment oder kurz TME, wer ist das? Kaum einer wird die kennen. Das ist aber der größte Musik-Streaming-Dienst in China. Und Tencent, das ist halt ein Riesenkonzern, praktisch so eine Art Google aus China. Denen gehören auch ganz viele Unternehmen, diverse soziale Netzwerke und eben auch diesen Music-Streaming-Dienst, den sie jetzt in Amerika in die Börse bringen wollen und damit Geld reinholen und eventuell expandieren. Denn bislang sind die damit noch nicht außerhalb von China aktiv. Und daher eventuell als Option, man weiß es nicht so genau. Aber vielleicht wissen wir bald mehr, wenn sie dann entsprechend an der Börse sind. Eventuell wissen wir auch nachher mehr, wenn ihr nach dem Podcast, wenn ihr den jeweils irgendwie am korrekten Datum heute am 10. hört, online geht, dann eventuell gibt es neue Microsoft Surfaces oder zumindest ein neues Microsoft Surface und zwar das Surface Go eventuell. Für unter 400 Dollar eventuell, man weiß es nicht, alles Vermutungen. Aber ein Tweet ist aufgetaucht, der dann sagt, where will Surface Go next? Und die Line-Up von allen Surface-Geräten zeigt, mit einem Datum vom 10. Juli im Sperrbildschirm. Und von daher rechnen ganz viele Leute damit, dass heute entsprechend ein Konkurrenzprodukt zu den Chromebooks und iPads von Microsoft rausgebracht wird. Ich bin auch gespannt, morgen weiß ich mehr. Und was heute auch noch passieren wird, ist die Sparkassengruppe wird das Überweisen in Echtzeit möglich machen. Und das ist dann möglich für bis 15.000 Euro, sofern die Summe im eigenen Limit des jeweiligen Online-Banking ist, was man dann eingerichtet hat. Und das klingt erstmal alles ganz gut. Geht auch rund um die Uhr an allen Tagen im Jahr, also ohne Feiertage und sonst was, übers Online- und Mobile-Banking, über die Sparkassen-App oder über die Homepage. Super duper, außer es funktioniert erstmal nur innerhalb der Sparkassengruppe. Sprich, wenn ein Konto außerhalb der Sparkassengruppe liegt, dann funktioniert Instant Payment, also das Echtzeitüberweisen, nicht. Das wird sich natürlich noch ändern, denn es gibt einen Standard dafür, das ist das SEPA Instant Payment Verfahren. Die normalen SEPA-Überweisungen kennen ja wahrscheinlich die meisten von euch. Und je mehr Banken nun auch SEPA Instant Payment akzeptieren, desto übergreifender wird es dann auch funktionieren. Und dementsprechend ist die Sparkassengruppe jetzt einer der Vorreiter, aber auch die Hypovereinsbank hat diese schon, und zwar schon seit Ende letzten Jahres. Dieses Jahr soll auch noch irgendwann die Deutsche Bank dazukommen. Und dann würde ich vermuten, dass auch die anderen Banken irgendwann nachziehen werden. Ja, und das war es auch mit den Themen für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in den Dienstag und ich hoffe, wir hören uns morgen am Mittwoch wieder und dann werden wir auch wissen, was Microsoft an Surface-Produkten rausgebracht hat. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.